Hallo und Willkommen! In diesem Video setzen wir uns mit den Untermannigfaltigkeiten des Euclidischen Raums auseinander. Betrachten wir hierzu gleich ein kleines Beispiel. In der Physik reduzieren nämlich häufig sogenannte holonome Zwangsbedingungen die Zahl der unabhängigen Freiheitsgrade einer Bewegung. Betrachten wir beispielsweise einen freien Massenpunkt im R3, so hat dieser drei freie Bewegungsrichtungen und damit drei Freiheitsgrade. Hängen wir diesen Massenpunkt jedoch an einem Pendel auf, so wird durch die Zwangsbedingungen, dass die Norm von x einem konstanten Radius sein muss, derart eingeschränkt, dass sich der Massenpunkt nur noch auf einer Kugel mit konstantem Radius r bewegen darf und die Bewegung so nur noch zwei Freiheitsgrade besitzt. Das können wir ganz allgemein so formulieren, dass wenn es für eine Beschreibung im Rn M unabhängige Freiheitsgrade gibt, so haben wir es typischerweise mit einer M-dimensionalen Untermannigfaltigkeit M im Rn zu tun. Beispielsweise wird die Bewegung hier auf eine Kugel eingeschränkt, welche nur eine Oberfläche besitzt und damit ein zweidimensionales Objekt ist. Wir werden uns hier nicht mit allgemeinen Mannigfaltigkeiten beschäftigen, sondern nur solchen, welche schon in einen euklidischen Raum eingepettet sind. Diese bezeichnen wir dann als die Untermannigfaltigkeiten des Rn. Wir studieren also nur Räume, die selbst der Rn oder Isomorph zum Rn sind. Die Diskussion allgemeiner Mannigfaltigkeiten wäre vor allem für die Relativitätstheorie relevant, ist aber deutlich umfangreicher und schwieriger. Denn die vierdimensionale Raumzeit ist selbst nicht in einen euklidischen Raum eingebettet, da die dort existente Metrik bzw. Pseudometrik die Minkowski-Metrik ist. Um nun den Begriff der Untermannigfaltigkeit konkret zu definieren, werden wir uns etwas geografische Intuition verschaffen. Wenn wir annehmen, dass die Erdoberfläche eine exakte Sphäre ist und wir die Einheiten so wählen, dass der Radius der Erdkugel 1 ist, so können wir die Oberfläche der Erdkugel als die S2-Sphäre annähern. Das sind die Punkte im R3, der Norm 1 ist. Nun betrachten wir nur einen kleinen Ausschnitt auf unserer Erdoberfläche, denn genau das machen wir, wenn wir auf eine Landkarte schauen. Uns interessiert dann nicht die globale Erde, sondern nur ein kleiner Bereich. Das ist nun immer noch ein gekrümmtes Teilstück auf unserer Erdoberfläche. Wenn wir nun einen Atlas aufschlagen und uns eine Karte ansehen, so ist diese aber genau eine Ebene. Wir machen aus diesem gekrümmten Stück eine Ebene, indem wir es in die XY-Ebene projizieren. Bezeichnen wir diese Umgebung auf unserer Kugeloberfläche einmal mit U und das Stück hier unten mit V. U ist nun eine Teilmenge der S2-Sphäre und V ist eine Teilmenge des R2-Kreuz-Null, also genau die zweidimensionale XY-Ebene, sodass die Z-Komponente stets Null ist. Die Abbildung, welche nun von unserem gekrümmten Raum in die Ebene abbildet, bezeichnen wir mit Phi. Jetzt haben wir tatsächlich schon alles dastehen, um zu definieren, was eine Mannigfaltigkeit ist. Dazu sei M eine nicht leere Teilmenge des Rn. Hier haben wir die S2-Sphäre, welche eine Teilmenge des R3 ist. Diese Menge M nennen wir dann eine M-dimensionale Untermannigfaltigkeit des Rn. falls es für jeden Punkt X aus M eine offene Umgebung U im Rn und eine offene Menge V im Rn sowie einen Homöomorphismus Phi von U nach V gibt, sodass das Bild von U geschnitten M unter Phi genau V geschnitten mit dem Rn-Kreuz der Null hoch N-M entspricht. Die Dimension der Mannigfaltigkeit entspricht dabei immer dem Buchstaben M. Ist Phi nun nicht nur ein Homöomorphismus, sondern sogar ein CK-Diffiomorphismus, so bezeichnen wir M als eine CK unter Mannigfaltigkeit des Rn. Die Abbildung Phi nennen wir dabei eine Karte oder auch einen lokalen Flachmacher für M bei X. Diesen Begriff können wir dabei ganz wörtlich verstehen, denn Phi bildet vom Gekrümmten ins Flache ab. Die Schnittmenge von U mit M bezeichnen wir dabei als das Kartengebiet. Die Forderung, dass Phi ein Homöomorphismus ist, ist dabei absolut berechtigt und vollkommen natürlich. Denn so ist garantiert, dass Phi biektiv ist, d.h. jeder Punkt auf der Erdkugel wird durch die Karte abgebildet und des Weiteren muss Phi als Homöomorpheabbildung stetig sein, was ebenso sinnvoll ist, denn eine sinnvoll erstellte geografische Karte sollte keine plötzlichen Sprünge aufweisen. Mathematisch abstrahiert beschäftigt sich die Kartografie also genau mit dem Auffinden von Karten, sodass wir nicht lineare Teilmengen unserer Erdoberfläche als eine plattgedrückte Ebene darstellen können und die Abbildung, welche genau dies leistet, bezeichnen wir als eine Karte. Im Allgemeinen benötigen wir mehr als eine Karte, um eine komplette Mannigfaltigkeit abzudecken. Eine solche Familie von Karten bezeichnen wir dann als einen Atlas für die Mannigfaltigkeit M, falls die Vereinigung aller Karten, welche dann den Atlas bildet, die Mannigfaltigkeit überdeckt. Die Umkehrabbildung einer solchen Karte bezeichnen wir dann als die Parametrisierung der Mannigfaltigkeit M. Betrachten wir beispielsweise die S1-Sphäre im R2, also den Einheitskreis, so ist eine mögliche Parametrisierung der Mannigfaltigkeit die Abbildung Psi, welche minus Pi bis Pi auf die S1-Sphäre abbildet und dabei T abbildet auf den Vektor Cosinus T und Sinus T. Das Urbild müssen wir dabei stets offen wählen und dann haben wir aber auch ein augenscheinliches Problem, denn der Punkt minus 1,0 wird durch die Parametrisierung nicht erreicht. Das heißt, wir benötigen noch eine zweite Parametrisierung, beispielsweise diese hier und dieser fehlt dann aber der Punkt hier unten. Vereinigen wir jedoch beide Parametrisierungen, so überdecken diese definitiv den Einheitskreis und damit haben wir einen Atlas für S1 gefunden. Als weiteres Beispiel für eine typische Untermannigfaltigkeit betrachten wir den Graphen einer k-mal stetig differenzierbaren Funktion. Dazu sei d eine offene Teilmenge des Rm und f eine k-mal stetig differenzierbare Abbildung von d in den Rn. Dann ist der Graph von f, welchen wir mit Gamma von f bezeichnen, eine m-dimensionale ck-Untermannigfaltigkeit des Rn. Um dies zu zeigen, müssen wir uns einen lokalen Flachmacher, also eine Karte konstruieren. Dazu setzen wir u und v gleich d kreuz Rn und dann ist die Abbildung phi von u nach v, welche x und y abbildet, auf x und f von x minus y ein ck-differmorphismus und tatsächlich ein Flachmacher. Denn betrachten wir einen beliebigen Punkt im Urbild, so wird dieser auf den Graphen abgebildet. Ziehen wir nun aber von f von x die Höhe y wieder ab, so wird dieser Punkt zurück in die Ebene gedrückt. Diese Abbildung phi ist auch tatsächlich ein Differmorphismus. Man kann sich sogar davon überzeugen, dass wenn wir phi mit phi verketten, dass wir dann die Identität erhalten. Mit anderen Worten, ist phi zu sich selbst invers und da phi offensichtlich stetig differenzierbar ist, ist es insbesondere ein Differmorphismus. Nun ist aber das Bild von u geschnitten mit dem Graphen von f und der phi genau wieder der Menge d kreuz 0. Denn hier unten ist tatsächlich wieder nur der Definitionsbereich relevant, denn f wird ja in die Ebene abgebildet und liefert damit nur die Nullen. Das müssen wir jetzt wieder in unsere gewohnte Form überführen. d können wir aber auch immer schreiben als d geschnitten rm, denn d ist ja selbst eine Teilmenge des rm. Da die Null im rn eingebettet ist, können wir sie auch als Schnitt der Null mit dem rn auffassen. Nun können wir das Ganze aber etwas umsortieren, denn wir dürfen das kathesische Produkt auf die einzelnen Schnitte anwenden und erhalten so d kreuz rn geschnitten mit rm kreuz 0 und der d kreuz rn ist nach Voraussetzung v, so dass wir erhalten v geschnitten mit dem rn kreuz der Null. Und das zeigt letztlich, dass der Graph von f eine Untermannigfaltigkeit des rn ist.